Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA 20 und wir probieren heute mal die Co-op-Season aus, Freunde. Ich bin der blaue Fresh der Rode. Wir werden so auf den Sack kriegen. Wir haben Liverpool genommen, weil ich glaube Liverpool hat so mit die besten Einzelspieler als Champions-League-Sieger. Habe ich zumindest gehofft. Die Sache ist, die anderen sind vielleicht natürlich eingespielt. Wir spielen gerade das erste Mal zu zweit zusammen. Da wolltest du es aber wissen. Ich wollte ihn halt noch vorne erst mal bringen. Abseits, ja. Achso, ich darf. Ja, ich prügel mal nach vorn. Oh, hat super funktioniert. Wir sollen da hinkommen. Ja, aber ein bisschen lang. Bisschen ist gut gesagt. Oh! Ja, ich durfte, also der Spieler durfte nicht hin. Ja, ja, weil Abseits und so. Am Anfang Druck machen ist gut, glaube ich. Er ist am schwitzen auf jeden Fall da. Na, Fresh ist zwischen. Ich geh mal nach hinten. Ich zieh mal ab. Oh! Der war blöd. Ich wollte es jetzt nicht laut sagen. Was ist denn jetzt? Du bist doch noch mal dran. Ja, ja. Nur wohin damit? Der war blöd. Du bist doch der. Das war der vorn. Der war global. Ich war der, der war der. Okay. man glaubt es nicht. Ich hätte viel gedacht, aber nicht, dass wir 1-0 in Führung gehen. Ja, kann man mal machen. Na, ein Schritt zu spät. Ach, da stehe ich doch. Abseits. Kann man mal machen. Ah, Abseits. Sorry. Nein, das ist gut. Zu spät realisiert. Alter. Schön, dass wir beide den Pass gesehen haben. Ja. Das ist kein Foul. Puh, ne, war keins. Anscheinend nicht. Achso, ich habe einen Wurf. Ah, schon. Oh, der kann auch mal reingehen. Ja. Fisch mit der Ecke. Auf mich selber. Ach, Abseits. Der Ecke. hat super funktioniert. Nur halt ein bisschen besser noch laufen können. Aber nur ein bisschen. Da hat er eine aufgemacht. Ach, alles easy. Wäre eh Abseits gewesen. Ja. Ah, schönes Zuckerpäschen. Oh, der darf dann aber auch mal reinhüpfen. Oh, jetzt sehe ich mit der Ecke. Ups. Auch auf dich selbst. Das ist ja schön. Oh, das war ein Kopfball auf mich selbst. Na. Aber zu zweit kann man Gegner schön ärgern. Ah, hier. Flupp. Eieiei. Schön, dass wir uns doch ein bisschen kennen, wir zwei. Ah, da wolltest du nicht hin. Ja, ich wollte schon so ähnlich, aber nicht genauso. Schiri. Er gibt einfach nichts. Schieß doch. Come on. Posten, ey. Alu-Pech. Ein bisschen weiter, Jungs. Ja, wäre gut gewesen. Oh, was? Der war ewig weit weg, oder? Ja, scheinbar. Und keiner weiß noch rum. Da hast du gut aufgemacht. Wer im Kopfball gekommen wäre, vielleicht kritisch geworden. Ah, Schade. Ah, ich habe gekämpft. War nicht gut genug. Ja, ich habe es gemerkt. Fuck, zu spät. Wir haben ein 1-0 im ersten Game. Da müssen jetzt drei weiter drücken, weil ich habe es halt okay. Die haben einfach keinen Schuss. Nicht mal einen Schuss. Am Anfang musste man ein bisschen reinkommen, auch mit der Verteidigung, aber ging eigentlich. Ging eigentlich. Ich glaube, wir haben miteinander schon so viele Partie gegeneinander gespielt, dass wir einfach wissen, was der Gegner, was der andere machen will. Ja, so ein bisschen. Das kann sich natürlich noch beitragen. Was? Das meiste ist einfach auch obvious. Also man weiß, ja, okay. Ups, das macht Sinn. Den wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Gut zu wissen. Aber die Gegner kann man halt besser zustellen. Ja. Ja, sorry. Ich weiß, der Gegner aber leider auch. Er bekommt ihn direkt. Alter. Zack, aufs Tablett geliefert bekommt er ihn. Ja, egal. Kriegen wir wieder hin. Oh, ja, ja. War ein Versuch wert. Ah, was mache ich da? Ja, wohin geht der? Zum Gegner leider. Äh. Alter, das gibt's doch nicht. Nee, nee. Lang und weit bringt Sicherheit, oder? Naja, bringt vor allem Ballverlust meistens. Oh, da darf ich gerne reinhüpfen. Ja, hat ihn auch einfach noch vor. Oh, schön. Schön reingesweatet dann. Naja, ist ja egal. Ich dachte, mir komm, liegst du jetzt nochmal quer, gehst auf nochmal sicher. Allein schon den, dass ich den durchstarten lassen hab vorher. wie du dann hattest. Ah, schon sind wir 2-1 vorhin. Ich hatte gehofft, dass er jetzt beide auf mich zieht, dann hat nicht ganz so funktioniert wie oft. Ah, der war nicht so geil. Ah. Schöne Flanke. Ah, da war die Maus in der Luft. Wieso kam da nichts stärkeres bei Rom? Ah, da bin ich zu weit. Meter zu weit gewesen für den Kopfball. Ja. What? Ecke für den Gegner. Gibt's die Unentschieden? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Da will ich auch gut Abstand von halten. Achso, diesmal warst du dran. Du mäßt ihn um. Einfach überrannt. Nächsten, zack. Renn noch nicht so weit. Ich wollte wieder niedermähen. Das wird vielleicht sogar zu einer Vorlage. Ah, schade. Das war mit Flanke reingeköpft. Reingeköpft. Wie hat er da durch können? Das weiß keiner so genug. Auf Salah. Flankenwechsel kommt. Ah, zu kurz, oder nicht? Boah, perfekt. Ich habe halt den Verteidiger mitgezogen gehabt. Ja, ich dachte, wäre zu kurz, deswegen. Oh, ist der geil reingekommen. Weil, sah so aus, als würde der andere den eher kriegen. Ja, aber da war ich schon fast am 16. da draußen. Ja, Mane ist da noch hingegennt, schnell. festgehalten, Höchststrafen. Da steht er im Abseits. Im Abseits stand er. Oh, der war risikobehaftet, der Pass. Ups. Jetzt muss er schießen. Oh, der geht vorbei. Er ist halt schon rübergerannt zu dir. Deswegen wollte ich den Pass nicht rüber machen. Das ist ich denn bekommen. Da muss er auch irgendwann mal was drücken. Ich hab gedrückt. Ich auch. Bevor wir den Ball hatten. Ich muss den Drex-Einwurf machen. 3-1 gewonnen. Kann man machen. Geht eigentlich. So, was kriegen wir jetzt dafür? Ja, ich guck gerade, was wir dafür kriegen. Ein Punkt, äh, drei Punkte. Drei Punkte. Und dann kriegen wir ein Titel und haben davon trotzdem nichts. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei Gaming-Nerds vorbei. Bis dann noch rein. Ciao. 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 Ciao.